Wo soll ich mich denn hier ein campen alter ging hier so nachladen und hab doch mal ne ist gar nicht wie oft ich da hochballern sollen mit der sniper ist hier gar nichts wir sind da wir sind bei willis so wo ist er denn aufgewachsen bei der mutter in den staaten zurück in kürat wegen ihres selbsten wunsch wer sind sie ich sag dir nachdem du mir geholfen hast den vogel auf dem flughafen zu landen und das ist der pilot das ist der pilot alter das ist der pilot free willis das ist meine mission ok so ich bin da ich kann hier keinen atem anhalten das kannst du nur beim sniper glaube ich also wenn ich hier schieße dann kann ich da keinen atem anhalten es geht nur bei der sniper ich versuche es mal über die seite also mein ziel am ende ist ja dass ich da alle guck mal da ist noch einer dass ich die ganzen scharfschützen wegkriege das problem ist dass die relativ weit entfernt sind ich nicht weiß wie viel meter das roundabout sind das können ja 100 sein das können ja guck mal hier so das waren jetzt wie viel ich würde mal sagen so was zwischen 80 und das ist näher dran also der trick ist einfach abschätzen wie weit das ist und dann die typen da weg holen das ist der trick so und da drüben der ist schon ziemlich weit entfernt da will ich mal auf 100 gehen ich treff den nicht ich weiß nicht so jetzt hat er mich gesehen so jetzt habe ich alle weg geholt okay sie können jetzt sicher landen die scharfschützen sind der bruder bruder alter erreiche den kontrollraum ich habe natürlich noch kein ich habe noch kein alarm deaktiviert ich habe noch kein alarm deaktiviert und ich habe zwei pumpen alter das ist so ich bin jetzt direkt da wo ich eigentlich hin soll das ist auch gut geil ist das nicht geil ich bin direkt hier hier muss ich hin so jetzt kriege ich eine snipper ich habe noch was zu erledigen bevor wir reden können wenn bei dem treffen was schief läuft gebe ich dir ein signal was für ein signal wenn ich Reganomics sage fängst du an zu schießen und tu es erst auf wenn alle erledigt sind ok kann ich noch gar nicht wegstecken ich halte diesen kanal offen aber sei ruhig ich brauche keine ablenkung der typ ist ein kleines bisschen sprunghaft verstanden verstanden gut dann mal los ich kann nichts nein 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 ich habe die wahre hier genau wie sie wollten schützenhilfe aktiviert null was soll das ich sagte planänderung juma will dass ich sie zu ihr bringe ist das ein witz das können sie nicht tun wir hatten ein deal sie und ihr flugzeug werden schön hier bleiben ich bringe sie zu juma wir sollten darüber reden ok da gibt es nichts zu bereden freundchen wo ich herkomme ist ein deal ein deal sie können ihn nicht ändern das ist unamerikanisch jetzt reicht's mir langsam kennen sie sich mit jungen nimm die oh gott alter ich muss erst mal die ich muss erst mal die hier alle erledigen so jetzt kann ich den atem anhalten wir brauchen mal so lange zum nachlander typ hey ich bin nicht kugelsicher hilf mir hier draußen ja chill 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 wo sind denn hier welche da unten einmal bin mir nicht sicher ob ich da jetzt runter gehen muss oder nicht weil ansonsten würde ich da jetzt einfach mal durchrushen das wird mir zu heiß hier da kommen Banditen aus dem Osten schalte sie aus ja chill 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 Junge bin doch schon da so fertig da kommt eine ganze Horde den Berg herunter den Berg herunter ich weiß nicht von welcher Seite ach hier das ist eine ganze Horde wo soll ich denn mich wo soll ich mich denn hier ein campen alter fucking heli ey so nachladen und ihr habt doch mal ne das ist gar nicht wie oft ich da hochballern soll mit der Sniper das ist jeder gar nichts ne also diese dieses nie dann nix gut guck mal alter hab ich noch irgendwas anderes ich hab ja nichts dabei alter nix gut aha ah ja ja geiles Teil das müssen wir nur noch treffen so Daily down ich muss jetzt irgendwie ich muss jetzt irgendwie versuchen mit dieser mit dieser Sniper diese anderen Vollidioten da weg zu holen das Problem ist das Nachladen so das ist der Sniper hab ich den wahrscheinlich nicht hab ich da kommt irgendjemand runter hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich oh es ist doch einfach nur zum kotzen alter nachladen ah wundern mit ihm mit ihm ins Gesicht mit ihm ins Gesicht heilige Scheiße granate also wenn die granaten wenigstens mal wenn die mal irgendwas bewirken würden diese scheißteile ich glaub ich hab noch nie einen mit einer granate gekillt zu weit entfernt zu weit entfernt ne hab ich hab ich so einer noch wo ist er ja wo ist er denn naja so bei all den Schüssen und Explosionen die ich nicht höre würde ich sagen du bist sicher komm und triff mich im Lagerhaus damit wir uns endlich verändern Alter so Lagerhaus also manchmal manchmal ist es echt so da hapert es an allem Und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so schön ist oder mit dem Mangel an Hoffnung. Ich rüche gar nichts. Und manchmal funktioniert irgendwie alles. Da ist er wieder, der Kollege. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Willis. Also, wer sind sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu Gebrauch. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunnyboy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Hat er Nacht zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley? Also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, geht in der Akte. Welcher Akte? Die in dem Flieger, den der Radar gibt. Oh, scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Was ist das schon wieder? Was ist denn das schon wieder? Endlich, endlich gibt's mal Action. Gib Gummijunge! Verfolge das Flugzeug. Ja, was denkst du, was ich hier mache? Vollgas, Alter! Alles klar, legen wir los! Da komme ich doch gar nicht mehr ran an den, oder? Ist doch schon weg. Achso. Uh, Tacho! Ich nehm mal, ich nehm hier mal den Koffer. Und tschüss! Der braucht schon Battlefield, Alter. Der braucht schon Battlefield, wenn er Far Cry 4 haben kann. So. Nice. Okay. Leg mich doch, Alter. Ich vermute, du hast die Akte. Ich hab die Akte. Free Willis-Mission beendet. Alter, geile Mission, aber die war schon ganz schön... Ganz schön tricky. Mein Volk? Alles klar. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Was war nie. pounding. ronper klo ein bisschen größer nieder. ไม Always jubilorar schon mit dem Heệufloppen ist. Euer Und in diesem Fall libro kommt fertig. channels so energy du bist.